Let's go! Herzlich Willkommen! Assalamu alaikum. Janelle ist immer wieder motiviert, wenn wir Podcasts aufnehmen, oder? Ich bin sehr motiviert. Hört man mir das nicht heraus? Ja, doch, doch. Man merkt, wie motiviert du bist und wie sehr du dich immer wieder freust, hier im Podcast teilzunehmen. Wir müssen mal gucken. Manchmal sind so interessante Geschichten, ehrlich, dass wir diese Geschichten einfach mal hier rein... Mein Leben ist ein einziges Abenteuer. Janelle, ey, du bist der Hammer. Ja, ich fühle mich manchmal wie der Hauptcharakter eines Animes. Der Hauptcharakter... So wie du gerade klein bist, könntest du auch so der Hauptcharakter eines Animes sein. Wenn du mir jetzt mit einem Anime kommst über Gangs, dann bin ich raus. Keine Ahnung, ich gucke nicht viele Animes. Ich kenne fast keine. Also, kannst du mir mal darüber erzählen irgendwann. Ja, das ist gut. Ja, wie geht's dir? Wunderbar. Du siehst müde aus. Dankeschön. Du siehst wie immer perfekt aus. Danke dir! Wie höflich du heute bist. Mein Gott. Und heute ist Gegenteiltag. Hahaha, du bist doch noch witzig. Also, Giano. Ja? Wir haben uns ja geeinigt. Wir wissen ja, was heute Thema ist. Meiner Meinung nach ein sehr wichtiges Thema. Leider weiß ich es nicht. Könntest du es einmal erläutern für mich und einmal für die Zuschauer? Du hast dir das ja durchgelesen. Ich biete dir gerade eine Bühne zur Überleitung. Ich brauche die Bühne nicht. Den nenne ich jetzt. Weißt du was? Den biete ich rein. Äh, Julian, kannst du mir einmal bitte sagen, ob die Ton und so alles stimmt? Ich habe dir gerade eine Überleitung geboten. Ja, warte. Stimmt alles? Du kannst ja sagen. Ja! Okay, dann komm bitte rein. Wie? Wir machen das nicht nur zu dritt, zu Dings heute? Giros und Trainer bekommt heute Nachwuchs. Na. Jules ist da. Wir reden über das Thema heute Fair The Trade. Erstmal, du hörst es vielleicht jetzt nicht über die Kopfhörer, aber das ist schlimm. Du siehst gut. Hi Julian, wie geht's dir? Gut und selbst? Gut, danke. Janel, wie geht's dir? Ich bin gut gelaunt, wie immer. Merkt man das nicht? Döner ist nicht so gut gelaunt. Giros ist wie immer übelst motiviert. Das ist der Giros, ne? Und die Kartoffel ist nur da, weil man nichts anderes gefunden hat. Nein, der ist unser Regisseur. Was für nichts anderes gefunden. Der macht hinter den Kulissen die meiste Arbeit. Und manchmal hat er mit dir auch eine Show gemacht. Also hä? Letzte Folge war doch mit euch zwei. Hä? Mit Mois. Also. Ja, also. Und San Diego, glaube ich, ne? Bereue ich. Ja. Die Folge war gut. Aber Janel ist gerade nur frech, weil er müde ist. Deswegen bitte Zuhörer, ignoriert das. Was ich immer darüber reden will. Mit dir Julian und mit dir Janel. Ist über das Thema Fairtrade. Was wisst ihr darüber? Julian macht den Anfang. Ne, Janel. Ich will Janel erstmal hören. Mein Co-Moderator hat den Vortritt. Janel, was weißt du darüber? Hast du mich nicht rausgeschmissen als Co-Moderator? Nein, hab ich nicht. Mal gucken. Alles klar. Alles klar. Fairtrade. Was soll man dazu sagen? Das sieht man sehr oft auf Schokolade, Einkaufstüten und vielen weiteren Dingen. Es symbolisiert dafür quasi faires Handeln. Damit die, dass die, wie sagt man das? Produkte vergernet sind. Ja. Das ist quasi so ein Fairtrade-Siegel. Ja. Bis dann halt drauf am Fairgernet. Genau. Auf jeden Fall. Und das spielt eine sehr große Rolle zwischen den Industrieländern und den Entwicklungsländern. Denn die Entwicklungsländer, da gibt es sehr viele, die Kinder ausbeuten. Da gibt es auch einige große Marken oder Unternehmen, wie man sagen will, die das auch machen. Und Fairtrade macht sowas eben nicht. Die sorgen dafür, dass alles, alle mäßig gleichberechtigt sind. Genau. Und dafür steht halt das Fairtrade-Siegel an sich. Da steht halt darauf, dass die Produkte fair gehandelt wurden. Sprich mit richtigen Arbeitszeiten, also legalen Arbeitszeiten und, ach nicht, was für legalen Arbeitszeiten? Fairen Arbeitsbedingungen, legalen Arbeitszeiten. Ich war da, ich war kurz im Kopf bei Arbeitszeiten. Zwangsarbeit. Nee, tatsächlich nicht Zwangsarbeit. Das ist bei, es gibt ja halt auch Länder, bei denen unfairen Arbeitsbedingungen ist, die dann halt durch Zwangsarbeit ihre Produkte machen. Und es gibt halt Länder, wo es unter anderem faire Arbeitsbedingungen gibt, wie zum Beispiel in Deutschland. Regional kann man dann einkaufen, zum Beispiel Kartoffeln oder, nee, Schokolade kann man nicht regional einkaufen. Nein, nein. Kartoffeln kann man regional einkaufen. Genau und sowas und das sorgt halt für faire Arbeitsbedingungen und wir, ich bin halt der Meinung, erst mal Julian, was hältst du davon? Was ist so deine Meinung zu Fairtrade? Was kennst du für Fairtrade-Produkte? Also, wenn ich ehrlich bin, ich kenne mich mit Fairtrade nicht so aus. Ich habe ab und zu mal was davon gehört, vielmals von euch jetzt. Durch euch habe ich das gehört. Vielleicht kennst du es in manchen Läden wie Revo oder Netto, da sind auch immer so Stofftaschen und da ist auch zum Beispiel das Fairtrade-Logo drauf. Lass dir mal das erzählen und ich zeige es dir gleich. Also, ich habe es halt nur von euch so gehört. Und wie gesagt, ich habe mich noch nie mit sowas richtig auseinandergesetzt, weil ich davon halt auch nicht so viel gehört habe. Kennst du das Siegel? Ja. Genau, das ist Fairtrade-Siegel. Genau, das ist meistens Obst. Das ist meistens halt auf Schokoladen, auf Keksverpackungen, auf Kaffee und so weiter. Auch auf Tüten, wie das der Janelkopf meint. Eikopft, diese Stoffbeutel. Genau, die haben das auch und die sind halt fair gehandelt. Das heißt, sprich, das wurde von Menschen gemacht, die halt unter fairen Arbeitsbedingungen dann, die dann faire Arbeitsbedingungen hatten. Und das gibt es halt Länder, wie gesagt, wo es halt, das hast du mir ja gerade gesagt, Janel, wo Kinder gearbeitet haben und werden ausgebeutet, die verdienen, hast du gesagt, 5 Cent pro Einball. Ein Beispiel gibt es anscheinend in Indien, wo zum Beispiel Fußballer hergestellt werden, da müssen die Kinder das von Hand nähen und das hatte ich auch immer in der Schule als Thema und zwar kriegen die für einen genähten Ball, was mehrere Stunden Arbeit ist, 5 Cent weniger. Und deswegen ist uns das auch hier im Kest, das Thema Fair, Fairness und Fairtrade sehr wichtig. Wir haben ja auch hier, ich weiß nicht, wie sehr, ich glaube, du hast es mehr in den Ferienspielen mitbekommen als Janel. Und in den Ferien war ich Knockout. Ja, wir haben halt in den Ferien ein faires Fußballturnier gemacht, ein faires Basketballturnier und wir wollen halt ein bisschen faire Produkte mehr einbringen hier im Kest und wollen halt auch faire Turniere mehr machen und die dann halt fördern und mehr an die Öffentlichkeit bringen und auch mit euch zusammen die machen, die zu machen. Und deswegen hier meine Frage an euch. Was könntet ihr euch vorstellen, können wir hier machen, um Fairtrade und faire Produkte und an sich Fairness auch in anderen Ländern weiter zu fördern? Was kann man hier machen? Kann man faire Turniere machen? Kann man vielleicht auch... Auf jeden Fall faire Turniere. Faires Frühstück, dass wir dann halt ein Frühstück nur mit fairen Produkten, dass wir... Was habt ihr denn Ideen, was für verschiedenste Dinge wir machen? Also wie gesagt, fair ist Fußballturnier oder Fußballspiel, weil es gibt einige Kinder aus dieser Einrichtung oder anderen Einrichtungen, die das vielleicht auch hören, unseren Postkratz. So und gibt es vielleicht einige Kinder, die, sag ich jetzt mal, fußballverrückt sind. So und das weiß man halt ja nicht immer. Wie hoch ist eigentlich die Chance, dass... Wir haben zwar nur sehr wenige Zuschauer, was den Podcast angeht, aber wie hoch ist die Chance, dass einer dieser Zuschauer Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo ist? Weiß ich nicht. 0,0001%. 0,0001%. Aber die Chance ist da. Das ist doch immer etwas Gutes. Ja, vielleicht hört ihr ja, Ronaldo, der hat ja auch einen YouTube-Kanal, also Grüße gehen raus. Ja, finde ich auch. Können Grüße. Der hat auch, der hat den Kanal einfach nur für nix gestellt und hatte direkt an einem Tag hier, keine Ahnung, den meisten Rekord für Abonnenten in kürzester Zeit aufstellt, plus mehrere Playbuttons direkt. Was soll man sagen? Was hast du noch für Ideen, Julian? Gleich kommen wir zu dir, Giano. Was hast du noch für Ideen, du? Ich dachte, du meinst jetzt das Channel. Nein, was du noch für Ideen hast, vielleicht so, dass... Wie gesagt, auch faires Frühstücken für die Kinder und dann, also erstmal für den Kinderbereich und dann, sag ich jetzt mal, zwei, drei Tage später dann mal für den Jugendbereich. Faires Abendessen oder was? Genau, ein faires Abendessen für die Jugendlichen und ein faires, sag ich jetzt mal, Mittagessen für die Kinder. Kochen wir nicht oft hier im Kess? Ja, manchmal tatsächlich, aber... Momentan nicht so. Schöne Grüße an unseren Chefkoch, denn wir haben hier einen Besucher, der gelehrter Chefkoch ist und wenn der demnächst für uns kocht, dann bin ich ihm sehr dankbar. Ja, da wollen wir noch in unserer Küche, die wollen wir noch ein bisschen upgraden und da wollen wir halt auch noch jetzt bald mit fairen Produkten kochen. Das heißt, wenn ihr dabei seid, könnten wir dann gerne so mit Fairtrade-Sachen kochen und auch... Ich bin Meisterkoch. Ich meine, Kochso, was hast du denn für Ideen? Was hast du denn für Ideen für, wie kann man Fairness, Fairtrade an sich... Ich habe keine Ahnung, aber ich unterstütze mich. Auch an die Jugend näher bringen, genau. Also tatsächlich, ich habe keinerlei Ahnung, aber ich könnte sehr gut dabei helfen, Julians Ideen umzusetzen. Also würdest du dich quasi dafür auch interessieren, so mit faires Fußball zu organisieren oder wenn man Fair kocht, dass man einfach mal mit in den Rewe kommt und guckt, was Fairtrade ist. Genau, was faire Produkte sind, was nicht faire Produkte sind. Aber du nimmst mich in deinem Auto mit, oder? Nein, wir laufen dahin. Warum? Übrigens zur Info, die Stadt Dortmund-Mitarbeiter dürfen keine Jugendlichen oder Besucher viermal mit in ihren privaten Autos mitnehmen. Ja. So, zu irgendwoher hat er recht. Darf ich mir dann mal dein Auto leihen? Nein. Wenn ich Führerschein habe? Wo ist eigentlich dein Auto? Ich habe da... Das ist gerade in der Werkstatt. Ich bin mit dem Auto meines Vaters hier. In welcher Werkstatt? Keine Ahnung, in deiner Werkstatt. Vielleicht kenne ich die Werkstatt. Ich kenne ein paar Werkstätten. Vielleicht kenne ich die Leute da. Sag ich denen, die sollen ein paar Extrakosten drauf. Nein, du kennst die Werkstatt nicht. Welche? Nur den Standort. Den Standort. Ich nenne den Standort. Nenn mir den Standort. Ich nenne den Standort. Der ist... Trimonia Park. Oh Gott. Er hat gar keine Ahnung. Oh Gott. Der ist bei der EDG. Oh Gott. Ja, wo ist denn die EDG? Ich habe keine Ahnung. Direkt neben der EDG. Direkt... Warte, ich sage das noch genau, wo direkt das ist. Das ist dort... Kennst du den Abschleppdienst Strake? Nein. Ja. Ja. Weißt du, wo der sein Büro hat? Ja. Ja, da. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da. So. Da habe ich Praktikum gemacht in der Werkstatt. Endlich jetzt? Mhm. Warte, wie heißt... Das ist schon länger her. Das habe ich vor zwei Jahren gemacht. Wie, sag mal den Anfangsbuchstaben von der Werkstatt. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Ja, okay. Aber ich müsste zu Hause gucken. Für den Praktikumsbericht. Den kann ich dir dann zeigen. Ich bin mal gespannt, ob es die Werkstatt ist, die ich meinte. Aber, ja, da war mein Auto, weil es musste repariert werden. Ja, Daniel war komplett... Ich bin... Ja, ich war komplett kau. Ich bin es immer noch. Und jetzt übergebe ich an den lieben Julian... Mein... Ja. Co-Moderator. Okay. Das ist eine Kriegsansage. Ja, nein. Kleiner Spaß. Spaß dabei, oder nicht? Ja. Der war komplett kau, der Junge. Ich habe es ihm jetzt gerade angesehen. Aber... Der war nicht kau, heute. Das hat man in den Herbungen gesehen. Das war alles. Genau. Also. Ja, wir hatten halt so das. Das Thema, bevor wir so abgeweicht sind, davon so das Thema ein bisschen färtschelt. Und so. Und vieles wurde halt gesagt. Ich bin froh, dass ihr mithilft bei solchen Sachen und bei solchen Themen, weil man sollte die halt nicht unterstützen. Und ich weiß, im Jugendalter ist das halt meistens so, dass das etwas... Wie soll ich das sagen? Etwas unterschätzt wird, nicht ernst genommen wird, weil im Jugendalter hat man halt auch andere Sachen am Kopf. Ist auch so. Vor allem, wenn du überlegst, ich mache Minijobs. Minijobs, Praktikum, Schule. Und dann helfe ich hier noch freiwillig nebenbei aus. Sag ich jetzt mal, freiwillig helfe ich hier ab und zu mal bei Veranstaltungen. So. Und das macht auch nicht jeder. Mhm. So. Und du musst erst mal diese Kraft dafür haben, sowas zu machen. Eben. So. Und die hat auch nicht jeder. Aber deswegen. Selbst Mama hat schon gesagt, du wirst später mal ein richtiger Malocher. Ja, und das ist halt so das Ding. Manche interessieren sich halt so für andere Sachen, zum Beispiel TikTok. Das sind eure Generation sehr berühmt oder sind halt so wie du sehr am Arbeiten und achten halt drauf. Also ich finde, manche Dinge sollte man halt nicht vergessen. Ja, man sagt... Was wollte ich noch sagen? Genau. Weiß ich nicht. Ja, das mit dem Fairtrade-Tachung. Geht halt aufs Runter, aber ich bin froh, dass ihr euch jetzt auch da beteiligt und auch mit an Bord, euch mit an Bord zu wissen, das ist ziemlich cool. Jetzt war, die Folge war halt etwas chaotisch, wir ist etwas geschnitten. Aber Julian, ich bedanke mich, dass du dabei warst. Ich bedanke mich für deine Ideen. Wir setzen uns gleich erstmal an den Schnitt und dann laden wir die Folge hoch. Das heißt, ihr seht, ich glaube, das ist die aktuellste Folge. Das heißt, sobald die Folge hochgeladen ist, also die Folge ist, laden wir wahrscheinlich jetzt eine halbe Stunde hoch und wir sitzen gerade hier um 20 Uhr und um 20.30 Uhr kommt die Folge wahrscheinlich hoch. Das heißt, die ist sehr, sehr aktuell und ich freue mich drauf, wenn die hier oben ist. Und ich habe noch eine zweite Folge parat. Die lade ich aber nächste Woche hoch. Die ist auch sehr interessant. Es geht um Homophobie und Mobbing in Schulen. Stay. Und die, die Tage aufgenommen haben? Die hat die Tage aufgenommen? Ja, vor zwei Tagen haben wir die aufgenommen. Dann kam ein Besuch aus. Dienstag, ne? Nee, das war glaube ich. Dienstag war das. Nee, nicht Dienstag. Das war am Mittwoch. Mittwoch, Donnerstag. Also gestern. Ja, gestern. Gestern. Nee, doch, gestern im Kinderbereich. Oder Dienstag im Kinderbereich. Dienstag? Weil Dienstag wurde doch über mein Account geschrieben. Ja, aber das war nicht von der Folge. Ich weiß nicht wann genau. Auf jeden Fall haben wir eine Folge aufgenommen. Stay hyped. Und ich freue mich drauf, die hochzuladen. Das ist eine sehr interessante Folge. Ich freue mich auch auf, dass wir gleich die schnelle Folge hier schneiden. Also wenn ich ehrlich bin, ich bin auch schon gespannt auf die neue Folge, die jetzt rauskommt. Oh ja, die haben wir auch nicht mit Dönerzulung gedreht oder hier mit Julian, sondern ich habe die alleine gedreht mit unserem Stargast, wie er sich gerne betitelte und ein alter Besucher aus Blüdo. Und ich freue mich, die hochzuladen, aber noch mehr freue ich mich auf das, was wir heute gemacht haben, was wir heute erzielt haben. War zwar ein bisschen grob, aber es ist auch etwas spät, alle sind etwas kaputt, aber es ist trotzdem cool, dass wir ein paar Sachen gemacht haben. Vor allem, wenn du dir überlegst, ich ziehe mir jede Podcast-Folge rein, die in die neue reinkommt, weil ich denke, wenn du so deine Arbeit, die du gemacht hast, musst du die auch reinziehen. Natürlich. Deswegen sage ich jetzt, Peace. Wir sehen uns. Müssen wir sich auch noch verabschieden, dann gehe ich die Folge kurz kratten. Also wie gesagt, Dankeschön, dass ihr immer treue Zuhörer seid. Und ja, dann verabschiede ich mich auch nochmal von meiner Seite. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und ja, lasst es euch gut gehen, aber mit Popcorn alles, die ganzen Podcast-Folgen gucken, nur mit Popcorn oder Chips. und ja, lasst es euch noch mal. Vielen Dank.